In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Integralfunktionen bestimmen kann, beziehungsweise welche wichtige Eigenschaften diese besitzen. In erster Reihe werden wir uns natürlich anschauen, wie man eine Integralfunktion bestimmen kann und dafür brauchen wir den sogenannten Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, oder kurz gesagt Hauptsatz, und es sollte euch eigentlich bekannt vorkommen. Natürlich sagt uns dieser Hauptsatz, wie man Integrale auflösen kann. Und das können wir auch bei der Integralfunktion gebrauchen. Die werden normalerweise mit I, A von X bezeichnet, oder übersetzt heißt das Integral zu unterer Grenze A von X. In manchen Büchern mit I bezeichnet, in manchen Büchern mit J hat die gleiche Bedeutung. Und eigentlich heißt das übersetzt einfach ein Integral von A bis X von der Funktion F von T, D, T. Und mit Hilfe dieses Hauptsatzes von oben können wir das Ganze auch ausrechnen. Also, mit diesem Ansatz kann man Integralfunktionen bestimmen. Und das wollen wir uns natürlich ein bisschen genauer anschauen, indem wir eine Beispielaufgabe rechnen. Also, wir haben hier eine Integralfunktion, die wir auflösen sollten. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wieso jetzt die Funktion mit dem Variable T drinne steht. Naja, es ist üblich, dass die Funktion eine andere Buchstabe kriegt als die Grenze der Integralfunktionen, damit sich diese nicht beißen. Sonst müsste man X mit X ersetzen und ja, das sieht irgendwie seltsam aus. Also, es hat einfach nur mit der Darstellung was zu tun. Also, wenn wir das Ganze auflösen wollen, dann brauchen wir natürlich für diese Funktion T² plus 2 erstmal eine Stammfunktion, die wir in diesen eckigen Klammerscheiben mit der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze X. Und dann wird zuerst natürlich die obere Grenze eingesetzt und dann minus die untere. Das Ganze sieht dann so aus und wenn man das Ganze dann zusammenfassend tut, hat man die sogenannte Integralfunktion. Die Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, was wir eigentlich damit ausgerechnet haben. Also, nochmal kurz zur Übersicht. Wir hatten diese Anfangsfunktion f und t ist gleich t² plus 2 und wir haben die Integralfunktion bestimmt oder ein integralfreier Term für diese Integralfunktion. Kurz am Rande eine Bemerkung. Dieser Begriff integralfreier Term spielt eine wichtige Rolle, vor allem bei den Sachaufgaben. Deshalb am Ende dieses Tutorials werden wir uns bei den Beispielaufgaben noch ein bisschen näher mit diesem Begriff beschäftigen. Erstmal akzeptieren wir hier, dass wir eine Integralfunktion bestimmt haben. Naja, was hat eine Integralfunktion eigentlich mit einer Stammfunktion zu tun? Wenn wir für diese Funktion f und t jetzt die passende Stammfunktion bilden und einfach das t mit dem x ersetzen, dann haben wir ja ungefähr das gleiche. Mit dem kleinen Unterschied, dass bei dieser Stammfunktion diese Konstante hinten nicht bestimmt ist. Bei der Integralfunktion schon. So, versuchen wir uns erstmal zu erinnern, was diese Konstante eigentlich mit dem Schaubild einer Stammfunktion überhaupt tut. Gut, naja, das ist ja die Verschiebung in y-Richtung oder auf der y-Achse. Also, wenn wir hier zum Beispiel einen positiven Wert haben, wie plus 1, plus 2, dann wird die Stammfunktion um 1 oder 2 Einheiten nach oben verschoben. Oder Schaubild der Stammfunktion. Wenn da ein negativer Wert hinten steht, dann wird natürlich der Schaubild der Stammfunktion nach unten verschoben. Da diese Konstante bei der Integralfunktion schon festgelegt ist, können wir eine wichtige Schlussfolgerung ziehen. Und zwar, Integralfunktionen sind eigentlich Stammfunktionen, deren Lage im Koordinatensystem festgelegt ist. Das bedeutet, die Lage der linken Stammfunktion ist durch dieser minus 7 Drittel im Koordinatensystem festgelegt und die Lage der Rechnungsstammfunktion wäre eigentlich nicht genau festgelegt. Und wie die Lage genau festgelegt ist, sehen wir natürlich am besten, indem wir einfach eine Integralfunktion skizzieren. Also, wir haben hier ein Koordinatsystem mit einer Funktion f von x und unser Ziel wird es letztendlich sein, eine Integralfunktion für diese Funktion zu zeichnen, beziehungsweise einfach nur zu skizzieren. Davor aber werden wir uns erstmal mit dem Schaubild einer stinknormalen Stammfunktion beschäftigen. Also, wir wollen nicht gleich die Integralfunktion skizzieren, sondern erstmal irgendeine Stammfunktion. Deshalb habe ich auf der linken Seite auch hier hinten plus c geschrieben. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass es euch noch bekannt ist, dass ihr jetzt auf die Nullstellen dieser kleinen f-Funktion schauen müsst, beziehungsweise welches Vorzeichenwechsel diese Nullstellen haben. Zum Beispiel, die linke Nullstelle besitzt einen Vorzeichenwechsel vom positiven und negativen Bereich, also vom Plus nach Minus. Und deshalb werden wir an dieser Stelle bei der Stammfunktion einen Hochpunkt haben. Die rechte Nullstelle besitzt einen Vorzeichenwechsel von Minus zu Plus. Deshalb wird an der Stelle 2 die Stammfunktion einen Tiefpunkt haben. Da wir jetzt irgendeine Stammfunktion zeichnen wollen oder skizzieren wollen, ist es egal, auf der linken Seite, wo wir den Hochpunkt wählen. Also, wir können irgendwo platzieren, egal wo wir wollen. Und ich entscheide mich jetzt für diesen Punkt hier. Der hat zum Beispiel die Kurdenarten Minus 2 und 2,5. Und weil wir hier, ich deute es nochmal durch eine Buchstabe an, diesen Hochpunkt festgelegt haben, können wir auch den ersten Teil der Kurve skizzieren. Sieht dann so aus. Als nächstes wollen wir natürlich diesen Tiefpunkt hier irgendwo eintragen. Nur, das Irgendwo ist relativ. Wenn ihr das genau machen wollt, und nicht nur grob, ist die Lage des Tiefpunkts nicht frei entscheidbar. Das heißt, es ist nicht egal, ob ich jetzt bei Minus 1 oder bei Minus 2 oder bei Minus 3 wähle. Die Lage des Tiefpunkts ist in Bezug auf den Hochpunkt genau definiert. Und zwar, sie ist definiert durch die Fläche, die diese Funktion mit der x-Achse in diesem Bereich zwischen Minus 2 und 2 einschließt. Damit meine ich, man müsste jetzt schätzen, näherungsweise, wie groß der Flächenhalt dieser Fläche ist. Keine Sorge, das machen wir natürlich durch Kästchen zählen. Und wenn man diesen Flächenhalt hat, dann kann man herausfinden, wie viele Einheiten auf der y-Achse zwischen Hoch- und Tiefpunkt sind. Also, wir versuchen diese Fläche zu schätzen. Ich habe natürlich das schon vorbereitet. Ich deute es nun mal so an. Es muss euch klar sein, dass 4 Kästchen eine Flächeneinheit sind. 1 mal 1. Und nachdem ich das jetzt hier aufgeteilt habe und grob geschätzt habe, bin ich auf ungefähr 5,5 Flächeneinheiten hier gekommen. Also, ich deute es mal so an und sage, diese Fläche hier ist ungefähr 5,5 Fe, Flächeneinheiten. Gut, das heißt für uns, wenn wir jetzt die Lage des Tiefpunkts hier eintragen wollen, dann müssen wir von der y-Koordinate des Hochpunkts, zur Erinnerung, die war hier bei 2,5, genau 5,5 Einheiten nach unten gehen. Na ja, wenn wir von 2,5, 5,5 nach unten gehen, dann sind wir bei minus 3. Und deshalb wäre der Tiefpunkt hier bei 2' minus 3. So, jetzt können wir auch den anderen Teil des Bogens zeichnen. Sieht dann so aus. Und das wäre dann ein Schaubild für irgendeine Stammfunktion. Kleine Bemerkung an dieser Stelle. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, Ableitungen oder Stammfunktionen zu skizzieren, findet ihr am Ende dieses Videos in Abspann auch dazu passende Tutorials. Hier geht es hauptsächlich um die Integralfunktion und deshalb gehe ich davon aus, dass ihr grundlegende Kenntnisse in dieser Hinsicht besitzt. Und deshalb machen wir weiter mit dem Ziel, diese Integralfunktion auf der linken Seite zu zeichnen. Also, da steht ja Integralfunktion zu unterer Grenze minus 4 von x. Okay, wenn wir diese Integralfunktion zeichnen wollen, dann wissen wir, dass das auch eine Stammfunktion ist, deren Lagebeziehung festgelegt ist. Also, im Prinzip, egal wie wir es machen, wir müssen nur dieses blaue Schaubild entweder nach oben oder nach unten verschieben, abhängig von den Eigenschaften der Integralfunktion. Deshalb müsst ihr verstehen, welche Bedeutung die untere Grenze dieser minus 4 bei der Integralfunktion hat. Und zwar, für das Schaubild ist es eine Nullstelle. Das heißt, wenn wir unser blaues Schaubild jetzt an der Stelle minus 4 anschauen, dann merken wir, dass die Stammfunktion, die wir gezeichnet haben, bei minus 4 die y-Koordinate minus 1 hat. Damit das zu unserer Integralfunktion wird, müssen wir diesen Schaubild genau um eine Einheit nach oben verschieben. Also, die Integralfunktion müsste jetzt durch diesen Punkt verlaufen. Und das heißt, für die restlichen markanten Punkte von diesem Schaubild, dass sie ebenfalls um eine Einheit nach oben gehen. Zum Beispiel der Hochpunkt liegt dann bei 3,5 und der Tiefpunkt dann bei minus 2. Durch diese Punkte können wir natürlich wieder eine Kurve zeichnen und das wäre das Schaubild der Integralfunktion zu unterer Grenze minus 4. Und nun mal so am Rande, die blaue Stammfunktion, die wir vorher gezeichnet haben, ist eigentlich auch eine Integralfunktion. Die besitzt auch hier eine Nullstelle, und zwar nicht bei minus 4, sondern bei ungefähr minus 3,7. Deshalb könnten wir sie als Integralfunktion zu unterer Grenze minus 3,7 von x bezeichnen. Und ihr merkt auch, dass die blaue Kurve, so wie die grüne, sogar mehrere Nullstellen hat. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die nächste Nullstelle nehmen oder wählen, die ungefähr näherungsweise bei 0 ist, dann könnten wir sie damit auch eigentlich festlegen. Also das wäre auch das gleiche wie i0 von x. Damit meine ich, es ist egal, mit welcher Nullstelle man die Lage der Integralfunktion festlegt. Sie ist dadurch auf die gleiche Art und Weise festgelegt. Und nachdem wir jetzt auch die grafische Bedeutung der Integralfunktion gesehen haben, will ich noch ein paar wichtige Eigenschaften festhalten. Zum Beispiel die Tatsache, dass jede Integralfunktion eine Stammfunktion ist. Aber Vorsicht! Nicht jede Stammfunktion ist eine Integralfunktion. Der Grund dafür liegt in dieser Nullstelle. Und zwar Integralfunktionen besitzen mindestens eine Nullstelle oder müssen mindestens eine Nullstelle besitzen. Zur Erinnerung, egal welche Schreibweise man benutzt, entweder die oder die, man kann diese Nullstelle anhand dieser Schreibweise sehen. Das ist dieses a hier, das ist die untere Grenze. Und jetzt noch zwei sehr kurze, aber auch sehr wichtige Beispielaufgaben. Die erste lautet, bestimme zu f mit f von x gleich 2e hoch 0,5x einen integralfreien Term der Integralfunktion zur untere Grenze a gleich 0. Dieser Begriff integralfreier Term ist wichtig, es mal verstanden zu haben, vor allem im Zusammenhang mit Sachaufgaben. Aber dazu sage ich gleich ein bisschen mehr. Unser Ziel ist jetzt einfach mal eine Integralfunktion zu bestimmen. Also allgemein können wir dann sagen, i0 von x lautet, übersetzt, Integral von 0 bis x. Und jetzt von der Darstellung ist es halt so, dass ihr diese x in der Funktion mit dem t ersetzen müsst, wenn ihr die Integralfunktion bestimmen wollt. Also es geht nur darum, dass man nicht x mit x ersetzt und dass die Darstellung okay ist. Deshalb schreibe ich hier 0,5t bzw. auch dt hinten. Dann bilden wir ganz normal die Stammfunktion. Die lautet dann 4e hoch 0,5t. Und die Grenzen werden hier rechts an diese Klammer eingetragen. Und zuerst setzen wir die obere Grenze ein. Das heißt, wir haben dann 4e hoch 0,5x minus die untere Grenze eingesetzt. 4e hoch 0,5 mal 0. Und jetzt nur noch so weit wie möglich den hinteren Term zusammenfassen. Bei dem vorderen Term können wir nichts vereinfachen. Das heißt, hinten haben wir e hoch 0 ist 1, minus 4 mal 1 ist minus 4. Und das wäre sozusagen unsere Integralfunktion oder der integralfreie Term. Die zweite Beispielaufgabe sieht dann so aus. Bestimme zur angegebenen Funktion f, und ihr merkt, das ist die gleiche Funktion wie oben, eine Stammfunktion F mit F von 0 gleich 0. Okay, was will so eine Aufgabe von uns? Es will eine Stammfunktion. Aber nicht irgendeine Stammfunktion, sondern diejenige Stammfunktion, die diese Randbedingung hier erfüllt. Übrigens, die Randbedingung hier heißt übersetzt, dass das Schaubild der Stammfunktion einfach durch irgendeinen Punkt mit den Koordinaten 0 und 0 geht. Und damit es klar ist. Gut, dann bilden wir diese Stammfunktion, große von x. Die haben wir eigentlich schon oben, weil es die gleiche Funktion ist. Dann können wir ja sagen, okay, wir haben erstmal 4e hoch 0,5x und natürlich plus c. Weil darum geht es ja. Durch die Tatsache, dass das Schaubild durch diesen Punkt verläuft, ist die Lage dieser Stammfunktion festgelegt. Deshalb müssen wir diesen Punkt oder diese Randbedingung nutzen, um einen passenden Wert für c zu bestimmen. Dafür kann man natürlich den Punkt für x und Große von x einsetzen. Also das ist unser x und das ist unsere y-Koordinate. Und wir hätten dann 0 ist gleich 4e hoch 0,5 mal 0 und plus c. 4e hoch 0,5 mal 0 ist ja 4. Also wir hätten dann 0 ist gleich 4 plus c, womit dann c natürlich minus 4 ist. Also minus 4 ist gleich c. Und wenn wir jetzt die Stammfunktion sauber hinschreiben, dann würde der Term lauten 4e hoch 0,5x und minus 4. Und jetzt vergleichen wir die Ergebnisse bei diesen beiden Aufgaben. Also das haben wir bei der ersten Aufgabe als Ergebnis und das bei der zweiten. Und klar, die Ergebnisse sind identisch. Also die Schlussfolgerung ist, man kann integralfreie Terme auf zwei Arten und Weisen aufstellen. Entweder mit Hilfe einer Integralfunktion oder mit einer Stammfunktion, die eine bestimmte Randbedingung besitzt. Diese Tatsache ist sehr wichtig, vor allem für Text- oder Sachaufgaben. Und ein passendes Tutorial dazu findet ihr gleich im Abspann dieses Videos. Ebenfalls gleich im Abspann findet ihr auch noch Tutorials zum grafischen Ableiten, Stammfunktionen skizzieren oder wie bereits erwähnt die Bedeutung der Integralfunktion in Sachzusammenhang. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Abo ist mir United, wer weiß, vielleicht reingeht ihr euch. Abo ist mir heute noch ein paar Ausstattung. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr euch mal nicht weiter Und dann könnt ihr euch nicht Es geht unbezpiegel. Und dann könnt ihr euch mal ein paar